Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer BellyTV und ja, heute sammeln wir auf allen meinen Accounts den gratis Brawler Edgar frei. Ich habe ihn auch schon auf Rang 18. Also jetzt, wir sind am Tag, wo Edgar rauskommt oder rauskam. Und ja, ich bin sogar in Deutschland gerankt. Ich hoffe, ich bin noch gerankt. Global nicht, aber in Deutschland 883. Ja, moin. Ja, ich war kurzzeitig sogar auf 400, also auf Platz 400. Ähm, und ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, sehen wir uns beim ersten Account und zwar meinem zweiten Account, mit dem ich auch öfter stream, also auf dem ich auch öfter stream. Und ja. So, hier sind wir auf dem ersten Account. Und ja, hier seht ihr es. Edgar for free. Ähm, und ja. Deswegen würde ich sagen, hier wird erstmal Edgar gegönnt. Let's go. Nice. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Edgar findet. Ähm, ich finde ihn eigentlich ganz nice. Ich finde ihn jetzt nicht okay. Ähm, aber ich finde ihn jetzt auch nicht scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und ja. Ich glaube, ich spiele eine Runde Solo kurz. Und ja. in die Solo-Runde auf dem Zeitaccount. Ähm, und ja. Vor allem, ich mach die... Nein, ich kann hier nicht in die Runde rein. Ja, moin. Nacht, das war los. Sorry, Guys, für die kurze Aktion. Ich hätte einfach Pause drücken sollen. Ich komme hier nicht ins Game rein. Das liegt wahrscheinlich dran. Also, ich versuch's jetzt nochmal so. Nee. Oder? Nee, schade. Ähm, ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Auf meinem Hauptaccount kann ich die ganze Zeit in Runden rein. Mega komisch. Ähm, und ja, bis gleich. So, ja. Ähm, das geht hier nicht. Und auf meinem Hauptaccount komischerweise auch nicht. Ähm, und deswegen sehen wir uns mal. Ach. Okay, was ist los? Vor allem, ich kann das Video halt nicht zweimal drehen, weil ich ihn ja jetzt hier schon eingesammelt hab. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich auf meinem zweiten Account, äh, auf meinem, ähm, anderen Account nochmal. Ähm, da hab ich ihn mir übrigens überall aufgespart. Ich war in jedem Account schon drin, um zu schauen, ob der da überall ist. Ähm, und ja. Bis gleich. Hier, noch ein zweiter Account. Mit acht Brawlern. Jetzt gleich neun, weil ich hier Edgar auch noch hab. Ähm, und ja, wenn ihr auch was kauft, ähm, könnt ihr einfach irgendeinen Creator-Code eintragen. Ähm, ja, egal, ob's Landi ist, oder Pookie, oder Lukas, keine Ahnung, tragt aber bitte einfach irgendeinen Creator-Code ein. Ähm, dass nicht irgendwas, also dass kein Geld verloren geht, also weil dadurch kriegen die halt die YouTuber so ein Anteil, dadurch, dass man die YouTuber, dadurch kann man die YouTuber auch noch ein bisschen unterstützen. Und hoffentlich bekomm ich auch bald einen Content-Creator-Code, ähm, oder halt Boost. Ähm, und ja, deswegen sind wir jetzt auf dem dritten Account und hier sammle ich nochmal Edgar ein. Nice, alter. Und ja, erster Epischer. Und ja, ja, Edgar. Ähm, und ja. Und ja, wir sehen uns auf dem nächsten Account wieder. Ja. So, und da sind wir auch auf dem letzten Account. Und zwar mein, äh, XXDrawTimeXX-Account. Ähm, ja, mit dem haben wir jetzt auch nicht so besonders, ähm, viele Sachen. Ähm, ja. Habe ich absolut noch gar nicht gespielt. Ähm, ja. Und ja, wir würden sagen, ich sag mal, ich tue ja einfach Edgar einsammeln. Ich habe gerade eben komplett viele Sprachfehler, alter. Ich... Ist gerade eben nicht so on the top of the flop. Aber ja, ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Und ja, könnt auch gerne alle ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Ähm, Road to 400 Abos wär extrem krass, würden wir das schaffen in der nächsten Zeit. Und ja. Und ja. 3, 2, 1 sammeln wir ein. Und jetzt. Und ja. Und ja. Auch erster epischer. Ist ja irgendwie klar. Junster siebter Brawler. Und ja. Würde ich auch schon mal sagen, dass es das mit dem Video war. Ist ein kürzeres Video, äh, gewesen. Aber ich hoffe, jetzt schauen sich auch das mehr Video, äh, mehr Leute das ganze Video an. Ähm, und ja. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.